Musik Wie bewusst hat jede Sache ihr Zeit und Geschichte. Wir fragen Sachen, was werden in einem Archiv aufgehebt. Wegen zwei solcher Sachen, wollen wir heute erzählen. Die erste Sache ist direkt verbunden mit der Geschichte von Vorwärts, der Heino. Dem nannten September 1950 ist feierlich aufgemacht geworden der 90. Jäuvel von dem Gründer und ersten Redaktor Ab Kahn. Das ist die Programm und der Plan, wo und wer von den Gästen sitzt, bis dem Jubiläubankett Le Covid abkann. Wie ihr seht, stellt die DOSIKA-Programm allein vor ein Kunstwerk. Der feierliche Bankett ist vorgekommen in einem berühmten gewesenen Commodore Hotel. Es sind offiziell verbunden geworden bei den 1000 Gästen, aber ungepackt oben in dem Saal, an erreich unterhalb von 1000 Menschen. In Spitz von dem Organisierten Komiteet ist gestanden Adolf Held, Präsident von der Vorwärts-Assoziatie. Zwischen den Gästen treffen wir jüdische Schreiber, Akteuren, Forscher, Leivik, Manny Leib, Jakob Gladstein, Max Weinreich, Hermann Jablokow, Malie Pikan und Jankov Kalich, Josef Ronschinski mit seinem Orchester und andere. Dem Jubiläubankett ist der Präsident Truman und der isruldige Premierminister Ben-Gurion. Der Vorwärts hat geschrieben in seinem Bericht. Die Zweite Sache, was hat sich verhitten in unserem Archiv, ist die Verbetung zum Launchen der Covid Ben-Gurions Kommenke in New York. Der Aufnahme ist vorgekommen in dem berühmten Waldorf-Astoria-Hotel Mittwoch, dem 9. Mai, 41. Und jetzt, gemacht nach 64 Uhr, befinden wir sich in dem historischen Waldorf-Astoria-Hotel. 2000 Gäste sind in Verbeten geworden zum Launchen, schreibt die Zeitung. Zwischen sie sind gewesen Gouverneur Thomas Edward Dewey, Richter Proskauer, gewesener Ambasador in Isrul James MacDonald mit Sanfroy, welcher um sich hart sich zekischt mit Ben-Gurion und Sanfroy. Der Meier von New York in Peltieri hat waren bei Gries dem Gast, und dann hat Ben-Gurion umgegeben seine Rede, wo es hat gefangen die Erzer von die Versammelte. Ben-Gurion hat erzählt wegen seiner besonderen Gefühlen vor der Stutt New York, wo ihn er ist gekämmen mit 36 Uhr zurück, wann die Terken auf meinem Vertrieben von Palästine. Später mit zwei Uhr hat Ben-Gurion durch Hassanegad mit einem Minskeren Mädel, wo es ist gekämmen, er zu studieren. Du ist euch geboren geworden, sehr erst Kind. Antis New York schon gewohnt, obzunehmen Isrul-Premieren, und jedes Jür sind 1964 kommt in New York vor der jährliche Parade «Salut Isrul» via Marsch von Solidarität von der jüdischen Medine. Lohn mir aber gedenken, dass der erste Ausdruck von einer Erkennung und Ähnlichkeit mit Isrul ist geschehen im Detail von dem dritten Geburtstück von Medines Isrul. Sehr weiter. Reklames von Nuchem Stutschkow auf WEWD. Reklames von Nuchem Stutschkow auf WEWD.